Ja, ganz schön windig hier würde ich sagen. Moin Moin und ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Schwarz. Heute wollen wir uns Boeros widmen. Leider wird es nicht auf der Karte angezeigt, das heißt ich musste offscreen schauen und hier muss ich jetzt irgendwo sein. Und das hört sich gut an. Ja, da ist es. Boeros gibt es auch nur in Pokémon Schwarz. Typ Flug hat sogar eine andere Form. Ich weiß gar nicht, kann ich die zeigen? Zeige ich die? Ich versuche es, kriege ich sie gezeigt. Jetzt auf die Schnelle nicht, oder? So, auf jeden Fall, Fangrate 3, 1,6%. Siegesbille, versteckte Fähigkeit, normale Fähigkeit, Streuch. Geschlecht, männlich. Wie sieht es mit dem Angriff aus? Einen sehr hohen Spezialangriff. Ich glaube, ähm, wenn man dann noch den War-Spiel hat, dann... Moment... Ich will euch eigentlich einmal die eine Form zeigen, weil Boeros werden wir so oder so mit dem Meisterball fangen. Es gibt zum Glück nur ein Wander-Pokémon. Das andere gibt es in Weiß. Ähm... Ich bin eigentlich sehr froh drüber. Ich hatte am Anfang schon Schiss. Aber gut, ähm... Hm... So. Ah, hier haben wir es doch. Ah, hier haben wir es doch nicht. Weil ich den Link kopiere... Wohl eigentlich kann ich es auch einfügen, oder? Theoretisch gesehen. Aber dann machen wir das so. Geht, glaube ich, nämlich so besser. Zack. Schauen wir mal, ob es funktioniert. So. Ja, da ist es. Ich habe es geschafft. Ah, schön. So. Machen wir das noch ein bisschen größer. Ja. Das ist die... Form... Oder die andere Form von Boeros. Ich glaube, man braucht das Item Wahrheits-Spiegel, ne? Ne, Wahr-Spiegel. Ja, dann ändert es sich halt zu dieser Form. Das machen wir wieder ein bisschen kleiner. Ja. Ja, ähm... Schauen wir mal. Ähm... Jetzt würde ich sagen, holen wir uns erstmal... Oder gönnen wir uns erstmal das Pokémon mit dem Meisterball, wa? Sagen wir mal, was du so drauf hast, Meisterball. Beziehungsweise die Animation wird mich eher interessieren. Oh. Äh, versuch mal schön auszubrechen. Jawoll. Willkommen im Team Boereos. Äh, Boereos. Den-den-den-den-den-den-den-den-den-den-den-den-den-den-den-den-den-den-den. Ja. Ähm... Es gibt noch das Gegenstück. Und zwar... Äh... Wollen wir es sagen? Voltolos. Äh... Oder Voltolos. Ähm... Gibt es nur in Weiß? Ähm... Dementsprechend... Kann ich es natürlich hier nicht fangen. Ich kann es mir natürlich entschieden. Ähm... Mach ich natürlich sehr, sehr ungern. Aber... Ich werde versuchen... Und zwar das andere Po... Wollen wir es stellen? Ähm... Und zwar... Ähm... Das sich Demeteros nennt. Also... Ähm... Das dritte... Und das kann man wiederum fangen... Wenn man beide Pokémon... Äh... Hat. Also... Wenn man Voltolos hat und Boereos hat. Dann... Also so ähnlich wie Regigigas. Ja. Dass man, wenn man alle drei Golems hat, dass man dann das... Signature oder das Chef-Pokémon fangen kann. Ja. Das... Das werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Ähm... Vielleicht kriege ich das irgendwie hin. Wenn ja, seht ihr das Pokémon noch im nächsten Part. Wenn nicht, danke ich euch auf jeden Fall fürs Reinschalten. Ihr könnt gerne ein Abo und ein Comments da lassen. Und dann fehlen auch eigentlich noch die Pokédex-Einträge. Alles klar. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.